Hallo, hier ist der Simeon. Oh, keine Probe? Oh, keine Probe, keine Probe, keine Probe, keine Probe. Oh, keine Probe, keine Probe. Oh, keine Probe. Ja, liebe Sie, jetzt sind wir hier im Eifrigzsaal. Ich bin alleine hier, ihr seid alle zu Hause und habt bestimmt schon die Noten euch ausgedruckt oder angeguckt von O-Crux-Arbel. Ab und zu in die Kamera gucken, wenn man es kann. 1, 2, 3 und... Oh, achso.